. 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 Jakob, servus. Hast du das jetzt wirklich gebraucht? Bei uns ein Guillermoosbär, das musst du schon verdienen. Und ein bisschen Sport schadet auch nicht. Du hast recht. Danke. Servus. Wo ist er denn? Halt an! . 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 Was ist denn der Hofpreis-Sepp schon wieder? Oh, der Grantler, da bin ich, geh her, gibt's ein Bier? Ja, da bist du. Aber es leid nix, oder wie? Ja, grad nicht. Machst du mir trotzdem voll? Alles klar, gerne. So, vielen lieben Dank. Servus. Da ist unser gemeinsames Giller Moos Sixpack. Am besten genießt es mit Giller Moos TV am Giller Moos Samstag, 5. September um 20.15 Uhr, live auf www.mittelbayerische.de und auf Facebook. Leid heute zusammen.